Hallo Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin der Lani Rolpe. Wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Woli World. Wir haben unsere Wolle mal geändert. Ja, und wir haben jetzt auch, bei Neville haben wir die letzte Blume gefunden und das Level zu 100% abgeschlossen. Was nicht länger gedauert hat, als es sollte. Natürlich nicht. Für wen haltet ihr uns? Und jetzt gehen wir in die vierte Welt. Vierte Level. Und zwar die erste Burg. Monty's Festung. Wusstest du das noch nicht? Ah, genau. Du hast ja noch nie ein Yoshi gespielt. Jedes vierte Level ist eine Burg. Geil. Also so ist also eine Festung. Und danach das achten Level ist immer eine Burg. Der Boss. Ja. Wir haben hier Zirkus und Tarnkappen Yoshi. Sieht aus wie so ein Zirkus selbst in den Muster. Aber das war Monty. Hast du nicht gesehen? Ich war für die Unsichtbar. Pass auf. Pass auf. Vorsicht. Da unten. Höhe. Bleib weg. Bist du sie mal weg. Das wird in den Moment ein nivellとか, fürs Rest. Das ist eigentlich wunderbar, weil du die nächste Erdenkampen hast. auch weil mich einfach nur so stehen und es wird nichts als auf staub springt sogar als wäre es nix mich hier noch erkunden aber kann ja dann beziehen war ja auch richtig ja dann wolle ja wir sind ein heißer wolle so heißt können sie nicht essen wenn ich die wundervolle wie ich tot ja das sind dann eigentlich ich habe keine ahnung ich habe wolle bekommen wir büten uns jetzt auf die andere reihe wir starten vom letzten checkpoint wir haben die eine wolle haben verloren die blume hatten wir ja schon das war eine oh gott da kann man ja nicht so jetzt soll es besser sein immer wiederholt der singe ungewohnt die zweite einfach das ist ja was gesehen also diesen aus diesen skillschatz gesehen ja ich will mal eben gucken auch damit dass ich nicht da hoch ok ja 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 und ist noch was menschlichen ton gemacht hat 64 das ist immer noch so und er macht das nur absichtlich um mich zu ärgern doch diese sind ihr liebe kinder war das ein dreckiger lüge er ist den gleichen stempel immer allerdings sammeln musste checkpoint da wer da oben war aber jetzt ich mache schon mal einfach damit ich wollte dann eigentlich abbrechen aber abbrechen abwerfen hier so jetzt sind wir doch alle schlau nein 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 sagt er ist da oben in der links in ecke bevor wir die türe ich krieg die krise ich glaube du bist getroffen kann jetzt sein ich habe keine wolle ich weiß danke wir wissen ja wir sind so noch mal neu machen ja ich komme nicht durch das war da oben ok ich bin oben kurz unten ja auch nicht warte halt ich komme lieber unter nur um hier mal eben nachts kommt da was ist das ist keine herzen wer ok weiter müssen sind nicht gut gewappnet dafür habe ich auch gefällt das war mir stark passiert im spiel wir werden sie sehen hallo jemand da ja schießt ihr könnt mir gerne nachlaufen aber die wolle bekommt ihr nicht wieder ja was meinst du was soll mir dagegen tun hier ist jedenfalls schluss für euch und die vermöbeln sie nach strich und faden fünf stimmten faden war ich verstehe es aber wir haben wir sind also mein gott der ist fast nur dreimal das ist einfach nur ein doppelt so großer montier ist nicht in der ist auch nicht möglich schwierig aha also gesehen hat er ein gewollte staffel kugel nach uns werfen hast du es gesehen ach so ja ich weiß wie wir müssen wir auf ihn drauf springen dann müssen wir noch mal auf ihn drauf springen also ich bin fast tot das ist ein bisschen aber ja 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 da ist er warum ist er drauf aber nicht als gewammelt ja ja wir haben eine bohle blume verpassen die vierte und wir haben ein eine wolle verpasst und wir haben sogar eine münze verpasst ja ja aber erst mal weiter erst mal weiter ein text wir haben ja unseren guten freund mr google ja sag mal hallo ist der kugel hallo vielleicht so eine stimme du hast einen neuen trick und ein trick ständer trick anstecker erhalten meine fresse ich liebe magst du auch finden ich mag bin von mühlen weiß ich nicht so wollen windmühlen hügel und du kannst dich in abgründe stürzen das ist ja ganz alles in dieser level einsamen bei den 10.000 jetzt 10.000 gewählen sind ja keine münzen das genauso wie super mal das deluxe hier bekommst einen neuen charakter 60 euro ja 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 wirklich es gibt jetzt nur super mal über das u deluxe wo nur super mal über das u und new super video drin sind und es gibt ein neuer es gibt sogar den charakter todet und wenn die dann eine super gute bekommen da wird da aus pietzstedt 60 euro zwei spiele nein ja da kann man nicht mehr kann aber ich habe beide spiele bereits und ich habe beide spiele schon zu hundert prozent durch gespielt schöne 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 rosa windmühle bis rosa und irgendwie wie ich gerne sage pink weil es pink ist die männlichste farbe in blauen pink passt ja gar nicht zu meinem stil also das schwarze wolle ich habe schwarze wolle gefunden das gemischte eis jetzt mit erdbeer vanille und schokolade ich habe irgendetwas getroffen schwarze so dass ich da ist ich will nicht essen du bist du bist voll lecker schwarze ich habe genau ob der abgrund von mir ist abgrenzen nein das heißt grund von mir machen wenn sie auf einmal die welt zerstören als wir ja vorbeilaufen ja genau wie viel garten ist wie die vergangenheit vergangenheit existiert nicht während ich ja in dem wir darüber reden das aktiv drin ich muss mir vorstellen in diesem moment wo jetzt reden da existiert ja genau wenn wenn ihr sterbt dann seid ihr tot das genauso wie wenn jemand sagt und ja ich habe deine hände gekocht und sie gegessen pro zeit macht man weiter klatschen bayerische oder ich glaube die kölnste in franken namens betrügen wirklich ich habe sie mir noch nie angesehen ich habe ich nur durch durch mich ich war es nicht den schnappen wir uns und gleich wieder dies okay ein paar warte du w so ich verstehe eine rolle verpasst nein haben wir nicht noch auch mehr wie eine schwarze auch gerne spaß und da irgendwie nur so aufgetraut ich habe doch gerade gesagt dass ich schwarze wolle gefunden habe was wir ja nie zu ihr müsst wissen liebe kinder der die rp hört generell nicht zu ich glaube das werden wir noch sehr oft hören nein 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 ich glaube ich eigentlich nur von dem drucken aber ein paar dinger müssen leben und wir brauchen jetzt nehmen richtig schwer hier immer von leben zum ausgang zu gehen ich wollte propeller damit haben wir gesehen also ich bin mir mal schuldig entspannt spiel das ist schön entspannt deswegen habe ich das ist so entspannt das ganze leben dem von der neopie auf einem steg hast du noch irgendwas zu erzählen das sind die sich einmal geschossen bitteschön habe ich da habe ich nur für dich gemacht obwohl es ja leider unfassbar wertvoll jetzt alle wolle zwei schwarzen zwei weiße ist aber die seltsame kombination wir müssen dann nur schwarz und weiß sein das ist eine hose dabei das ist ja letztes mal das aussteht ja diese fische sie kommen aus dem nix eine blut verpasst nein das ist ja beide bei boden spiel wir wollen mal sehen wie gut haben wir uns angestellt nicht gut okay du hast wesens waren sie ja meine blume verpasst das ist ja nichts neues wir haben alle wollen wir haben zwei münzen verpasst ein ganzes gebiet verpasst wahrscheinlich das gebiet was uns vor unseren augen gefallen ist ja jetzt aber ist das schießen oder springen auf mich zu stellen aber mir war nichts mehr nein wollte ich haben verdammt naja wirklich gut jeden nach jeder welt jeder level neuen charakter zu schreiben wenn wir wenn wir auch alle wolle haben tatsächlich das schwarz weiß jetzt weiß schwarz gebunden hat eine hose in der nase diese meiste recht habe nämlich nicht mehr grünen nach kann ich ja gleich gemacht schalke ist mit springen wolle und sprengen springen wolle und springen würde ich habe keine ahnung hier ist alles möglich wolle explodiert alles klar wolle explodiert so wie die autos in der nachbarschaft oder die menschen sie explodieren einfach alle also der anfang des lids hört sich jetzt an wie von spon schluss oder nicht der schönsten tage er sich irgendwie so angehört hat umschießen gemacht wird eigentlich erst unterschrungen aber die können keine bundeschlüsseln da muss man sogar hin da habe ich auch schon ein paar mal versuchen man so untergehen kann ich habe eine bombe ich würde da weg gehen da kommt einfach nicht die bombe dass sie kommen aus dem nix immer diese bomben die aus dem main aus dem nix kommen und weg ich habe gesagt geh weg ja du warst schon fertig bin weil man die pforte nein nein ich habe wenig kapitel an du hast nur noch ein einzigen herzpunkt das heißt wenn du jetzt getroffen diese tür wird uns verwandeln so wie im zweiten der wieder schirm also der megayoshi nicht zähl ich auch drücke b und mit dem schweif zu zu schauen wir machen ja hey kuyoshi wie geht es dir denn so wäre jetzt richtig geil ja und was soll noch so vor ein paar leute zu zerquetschen ich auch wollen wir zusammen machen ja klammern die öffentlichkeit auch wir halten uns für die größten wissen ob die großen müssen einfach die besten wissen wer eben wer jemals etwas anderes anders vermutet hat hat schämt euch gefälligst weil ich meine leben bekommen wird ich gehört jetzt wir machen das auch nicht schaden er macht das nicht schaden wenn ich dich auf leute war vierte wolle eine wolle noch und nachdem kaputt machen ich kann auch da reingehen können aber ich wollte es selbst noch jetzt ohne sich weiter lebwohl über brader meine brauchen wir schon ich hatte jetzt war ich noch darunter gleich nicht mich jetzt hätte mich geschenke ist mein geschenk kriegst du nicht da ist nichts davon ab und jetzt haben wir noch nicht recht auf den seine bombe geklaut dieser besser die schnapp ich mir gar nicht leid sagt ja auch nur ja glaubst du denn auch vor vom spiel ich verricht nicht so leicht ich bin glaube ich bin ich da wir brauchen wir brauchen kommen da ist eine jetzt hier auch war ich wollte sagen wenn ich jetzt auf den gelandet wäre ja wir haben alle stempel münzen ja doch also 20 dinger ich weiß nicht ich habe keine 20 sich die minuten haben eigentlich 29 was eigentlich perfekt um den partner zu schließen dann geht man das ist später für einen spitz der speziale aber dafür müssen wir wirklich alle blumen alle bekommen ok aber wir haben sonst alles wir müssen nur 20 herzen bekommen weil wir keine blumen am ende bekommen haben also die bekomme durch die 20 ja also die die blumen am ende des rings bekommt man wenn man die blumen einsammelt ich werde dann am ende blumen sichtbar wo den neuen trickstempel erhalten alle sind umsonst aber nur für eine begrenzt zeit okay das war zusammen häkeln als auch ein scheider joshi ja dann war was für absurde crazy abenteuer uns doch erwarten sehen wir natürlich dann eben erst ein paar ja also noch irgendwelche abschließenden worte ich bin jetzt bald ja ok das war man abschließend wort ich bleibe bei bonbons joshi weil der ist blau ok dann sehen wir uns wenn wir 1.1 strich 7 machen ja und das wäre das level herum gekrebst am strand nein 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 bis dann und ciao Untertitelung des ZDF, 2020